Und erneut werden wir heute wieder daran erinnert, dass Gottes Wille für uns vollkommenes Glück ist. Ja, für dich. Vollkommenes Glück. Und manchmal sind wir an dem Punkt, wo wir dieses einfach nicht fühlen können. Wo wir glauben, von was redet er da? Von was wird hier geschrieben? Von vollkommenem Glück? Wenn der meine Situation kennen würde, dann. Ich kenne deine Situation. Wenn du jetzt in einem Zustand bist, in dem vollkommenes Glück nicht zur Verfügung steht oder nur ein Schimmer von Glück. Ich kenne das. Ich kenne diesen Schatten der Depression. Und ich kenne die Lösung. Die Lösung liegt natürlich in dir. Und wir sind es, die diese Schatten der Depression gemacht haben, ohne es zu bemerken. Wir glauben, die Welt wäre schuld, dann irgendetwas. Und das ist ein Schlüssel. Wenn wir das rückgängig machen, wenn nicht mehr die Welt für irgendetwas herhalten muss, dann können wir bei uns nachschauen. Wir können Ursachenforschung betreiben. Wir können in uns hineinfühlen. Und wir brauchen nicht mehr Angst haben, nach innen zu schauen, weil wir sehen, hey, da gibt es gar keine Sünde. Da gibt es gar nichts, was schlecht ist oder was dunkel ist. Und da gibt es in Wirklichkeit, in dir, in deinem Geist, gibt es nur Liebe. Und unsere Schattengespräche, die so real werden und surreal sich darstellen, die stehen dann im Vordergrund. Und für mich war und ist es extrem wichtig zu verstehen, dass Gott für mich vollkommenes Glück möchte. Ich wurde tatsächlich so erzogen, wie viele von uns vermutlich auch, dass Gott diese strafende Instanz ist. Und dass wir uns irgendwie irgendwo weit verstecken müssen, weit entfernt von Gott, damit wir der Strafe entgehen können. Und dann glauben wir noch, wenn wir andere beschuldigen, wenn wir irgendjemanden finden, egal wen, und auf den zeigen können, dass er doch ein großer Sünder ist, dass er doch vieles falsch gemacht hat, vielleicht wird uns dann Gott verschonen. Vielleicht wird er dann auch sehen, dass wir ein bisschen besser sind, zumindest, oder vielleicht unschuldig. Und die Metaphysik des Kurses legt deutlich klar, wie dieses Ego funktioniert. Damit wir es nicht mehr bedienen. Damit wir uns wirklich abwenden von diesen Gedanken, die wir ständig produzieren. In der Lektion 99, glaube ich, war es, ja, habe ich dich eingeladen, festzustellen, dass es zum einen Gedanken gibt und zum anderen reines Bewusstsein. Und du kannst nicht beides sein. Was beobachtet die Gedanken? Und wenn du dich als diesen Beobachter siehst, dann kannst du nicht der Gedanke sein. Also es bedeutet, irgendjemand bemerkt den Gedanken, das Bewusstsein, und wir füttern es, oder wir können auch sagen, interessanter Gedanke, aber da geht mich nichts an. Egal welcher Gedanke auftaucht, er geht dich wirklich nichts an. Byron Katie hat dazu ein ganz wundervolles System entwickelt. Dreh es um. Ist es wirklich wahr? Und wenn wir feststellen, dass es nicht wahr ist, dann investieren wir nichts mehr in die Gedanken der Trennung, was im Kurs die Gedanken der Sünde sind. Ja, ich weiß, Sünde ist ein altes Wort und ich wollte dieses Wort Sünde letztendlich gar nicht immer wieder betrachten. Was labert da Jesus von Sünde? Ich bin doch sündenlos und so weiter. Trennung, Trennung ist die, meint er damit. Dass wir jedes Mal, wenn wir trennende Gedanken denken, befinden wir uns in, praktizieren wir Sünde oder Angriff oder Projektion. Und dies zu bemerken ist so wirklich großartig. Heute wollen wir mit dem Thema Glück fortfahren. Es ist eine Schlüsselidee im Verständnis dessen, was Erlösung bedeutet. Immer noch glaubst du, sie verlange Leiden als Buße für deine Sünden. Dem ist nicht so. Und dennoch musst du glauben, das sei so, solange du glaubst, dass Sünde wirklich sei und der Sohn Gottes könne sündigen. Und wir glauben es nur, obwohl uns Jesus hier deutlich sagt, dem ist nicht so. Aber wir glauben es, weil wir uns scheinbar von Gott getrennt haben und sogar auf dem seltsamen Trip sind, ihn jetzt besiegen zu müssen, auf seinen Thron sitzen zu müssen, um der Strafe zu entgehen. Und letztendlich besiege ich ihn, indem ich Recht haben möchte mit meinen seltsamen Ideen. Und der letzte Trumpf, den ich ziehe, ist der Tod. Siehst du, ich kann sterben. Meine Welt ist eine Realität. Meine Welt, die ich erfunden habe. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Und so möchte ich dir jetzt eine Frage stellen. Wie sehr kannst du vollkommenes Glück aushalten? Wie gut kannst du vollkommenes Glück aushalten? Das ist doch eine interessante Frage, stimmt's? Und wenn du ehrlich wirst, wirst du sehen, dass es dir sehr schwer fällt, Glück auszuhalten. Ich spreche natürlich von beständigem Glück und nicht irgendwelches Glück, das durch irgendeinen Kick kommt, den wir uns wieder zugeführt haben. Beständiges Glück. Wie sehr kannst du es aushalten? Vielleicht bemerkst du, dass gleich wieder Worte und Stimmen und Urteile auftauchen, die wichtiger zu sein scheinen als dieses beständige Glück. Wie sehr kannst du Freude aushalten? Wie sehr kannst du Liebe aushalten? Wirklich zu lieben und in der Liebe zu bleiben. Wenn wir in der Liebe sind, also wenn wir die Liebe aushalten, dann leben wir als unser hohes Selbst. Dann leben wir als dieses reine Bewusstsein. Und das ist eine ganz wunderbare Herangehensweise, alles zu lieben, was ist. Dann lebst du als dein hohes Selbst. Und dann wirst du sehen, dass du dich immer glücklicher fühlst. Dass du dich immer freier fühlst. Dass du ohne etwas Besonderes tun zu müssen, inhärentes Glück erfährst. Lebe so, als seist du der Christus, dein hohes Selbst. Lebe so. Und eine ganz wunderbare Herangehensweise ist, wenn du alles liebst. Jeden Gedanken, jede Form und jede Situation. Jede Situation. Dann lässt du von deinen Urteilen los. Und kommst du mehr und mehr nach innen. Auch wenn ich nicht weiß, wie das geht, Heiliger Geist. Ich möchte heute alles lieben, was ist und was nicht ist. Ich möchte nur Liebe sein. Ich möchte nichts anderes mehr tun. Denn ich weiß, wenn ich alles liebe, was ist, erfülle ich mal hier meine Funktion. Hilf du mir dabei. Das ist ein Gebet, das wir an den Heiligen Geist richten können. Und er wird uns hierin unterstützen. Er wird uns zeigen können, was Glück ist. Er wird uns zeigen können, was Liebe ist. Und dann wirst du feststellen, du wirst es immer länger aushalten können. Du wirst immer länger Glück aushalten können. Das ist doch sonderbar, stimmt's? Dass man darauf hingewiesen werden muss. Dass du Glück aushalten darfst und kannst. Indem du dich wieder der inneren Quelle zuwendest. Dem Glück. Das Glück möchte, dass du glücklich bist. Das ist ganz natürlich. Und dann kommen wir in wahre Empathie. In Empathie. In Empathie zur Welt. In Empathie zu allem, was ist. Und Empathie bedeutet nicht, mit jemandem in seinem Leiden mitzufühlen. Dies ist die Version des Egos. Der Heilige Geist möchte uns lehren, dass Leiden nicht verständlich ist. Und bittet uns, nicht zu versuchen, den Schmerz anderer zu teilen. Den Schmerz anderer zu bestätigen. Und wir machen es auf keinen Fall einfacher oder leichter, wenn wir das Leiden mit jemandem teilen. Ich erlebe es in unseren Seminaren, die wir geben, erlebe ich es oft, dass jemand meinetwegen plötzlich an einem Punkt kommt, wo er in Tränen ausbricht. Wo er etwas in Freude erkennt. Oder wo er nicht weiter weiß. Und unser alter Reflex ist dann, ich muss den trösten. Nein. Wir trösten niemanden mehr. Wir sind in wahrer Empathie da. Denn wir teilen das Leiden nicht mehr. Ich kann das Leiden nicht mehr mit dir teilen und deinen Schmerz. Denn wenn ich es täte, würde ich doch bestätigen, dass dieses wahr ist, was du dir ausgedacht hast. Und wenn wir es nicht mehr bestätigen, dann kann ein uralter, ein ururalter Konflikt innerhalb in wenigen Augenblicken geheilt werden. Das erlebe ich oft genug. Oft genug. Es braucht nur einen, der dein Leiden nicht bestätigt. Es braucht nur einen, der deinen Schmerz nicht bestätigt oder deine Krankheit. Dann hast du die Möglichkeit, dies wieder zu korrigieren, weil es niemand bestätigt. Und so betreiben wir, und so kommen wir in eine Empathie, die über das hinausgeht, was wir gedacht haben, wie wir hilfreich sein können. Wir bestätigen den Schmerz der Welt nicht mehr. Denn wir lieben, was ist. Und das Ego fühlt sich immer in andere ein, um den anderen und sich selbst zu schwächen. Wir wollen uns wirklich nicht mehr in andere hineinfühlen, wie es ihnen jetzt wohl gehen wird, in ihrem Schmerz. Denn wenn ich deinen Schmerz bestätige, mache ich ihn zu meinem. Denn dann hat der Schmerz oder Leid eine Realität. Und ich bin in keinster Weise hilfreich. Also wir wollen nicht mehr das Leid stärken, um uns zu schwächen, sondern wir wollen von einem Ort der Stärke mitfühlen. Wir wollen von einem Ort der Stärke Empathie praktizieren. Und das bedeutet manchmal auch, still da zu sitzen. Vielleicht überhaupt nicht zu sprechen. Bis wir die Stärke in uns fühlen. Und diese Stärke ist es dann, die sich ausdehnt. Und denjenigen, der leidet, erfasst. Und plötzlich beginnt er dich mit neuen Augen anzuschauen. Mit einem strahlenden Herzen, mit einem inneren Lachen. Und das bedeutet es, das Glück miteinander zu teilen. Ansonsten teilen wir die Schwäche. Noch einmal zusammengefasst. Wenn ich dein Leiden bestätige, teile ich die Schwäche. Wenn ich dein Leiden oder dein Schmerz oder deine Krankheit nicht mehr bestätige, sondern in dir nur noch das Glück Gottes sehen möchte, weil ich alles liebe, was ist, dann werden wir gesunden. Und ein ungeheilter Heiler möchte von seinem Herzen heraus wirklich hilfreich sein. Er möchte alles geben. Er möchte, dass es dir gut geht, weil du so sehr leidest. Und er weiß nicht, was er sich dadurch selbst antut. Ein geheilter Heiler sieht dich im Glücke Gottes. Und hierin beginnst du zu heilen. Und das ist dieses große Geschenk. Und das ist dieses unfassbare Glück, das uns miteinander verbindet. Das ist dieses unfassbare Glück, das wir durch die Liebe Gottes finden, das heißt durch die Vergebung finden. Kannst du es fühlen? Weißt du, worauf wir noch heute hinaus wollen? Und stell dir vor, du siehst, du schaust nicht mehr auf das Leiden, weil du das alte Denken nicht mehr bestätigen möchtest. Du schaust nur noch auf das Glück. Du schaust nur noch auf das eine Bedürfnis, das du mit jedem teilen kannst. Du schaust nicht mehr auf das Ego-Bedürfnis, um das nur zerstören möchte, sondern du schaust auf das eine Bedürfnis, das jeder in sich trägt, zu heilen. Das Glück Gottes in sich zu erkennen. Stimmt doch, dass du dieses Bedürfnis in dir trägst. So wie ich auch. Und auch jedem Politiker, den du angreifst, jeden Serienmörder, von dem du glaubst, dass er Strafe verdient. Jeder sucht, jeder trägt dieses gleiche Bedürfnis in sich wie du. Zu heilen. Und deshalb geben wir Heilung. Wir schauen nicht mehr auf die Fehler der Welt. Wir schauen nicht mehr auf die Geschichten. Wir machen nicht mehr wahr, was eine Illusion ist. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Das ist die Wahrheit, weil es keine Fehler gibt, weil es keine Sünden gibt. Und deshalb haben die Sünden und die Fehler überhaupt keine Folgen. wie sehr kannst du Glück aushalten. Vielleicht noch ein paar Augenblicke länger. Vielleicht noch eine Sekunde länger. Vielleicht noch zehn Sekunden länger. Du kannst es aushalten, glücklich zu sein. Da bin ich ganz sicher. Denn deine wahre Natur ist vollkommenes Glück. Gott. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Herz ist eine Betrag. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020